Herzlich Willkommen im Otto-Haar-Spiegel. Unser Gast heute ist Maria Luise Mümmelmann aus Bad Salzufflin. Bitte, Frau Maria Mümmelmann, was haben Sie für Probleme? Ja, ich bin so richtig unglücklich. Alle meine Freundinnen tragen schon die neue Vorwärtsfrisur, aber mein Haar will und will nicht halten. Da hilft nur Brett. Der neue Haarfestiger aus dem Haus in Glasser. Ja, Brett schafft Frisuren, auf die man sich verlassen kann. Als Sonnenschutz. Als Regendach. Und unentbehrlich auf jeder Stehparty.